Wie lässt sich Osteopathie im Alltag einsetzen? Über dieses Thema sprechen wir mit unserem Gast, Nico Hildebrandt, mit dem Leiter des Premium Health Project. Ja, lieber Herr Hildebrandt, herzlich willkommen heute beim Business Talk am Kudamm. Heute dreht sich bei uns alles um den Alltag und die Osteopathie. Ich bin schon gespannt. Der Alltag, liebe Liebe. Herr Hildebrandt, als Leiter des Premium Health Projects beschäftigen Sie sich ja hauptsächlich mit dem Thema ganzheitlich Gesundheit und eine Methode, die Sie da sehr gerne verwenden, ist die Osteopathie. Und für die Zuschauer, die jetzt noch nicht in den Genuss kamen einer solchen Behandlung, wäre ich total glücklich, wenn Sie uns mal erzählen, wie funktioniert denn Osteopathie grundsätzlich? Der Grundsatz der Osteopathie ist, dass sich durch Berührungen die genau, also präzise Berührungen von Druck und von der Art und Weise, von der Temperatur, wie warm sind meine Hände, ist ganz wichtig. Und diese präzisen Berührungen an den richtigen Stellen von verschiedenen Nervenknoten zum Beispiel, das muss man so ein bisschen vergleichen, auch je nach Ausbildungsgrad, wie mit dem Ninja. Der Ninja ist ja der präziseste Kampfkünstler, den wir uns so vorstellen können. Er weiß, wo ist der Nervenpunkt, schlägt drauf und setzt so die Extremität außer Gefecht. Für den Arm, wenn ich jetzt möchte, dass mein Gegner den Arm nicht mehr heben kann, dann würde ich den Nervus Axelaris wählen. Dann kann er den Arm nicht mehr heben, der ist für den Muskel Deltuideus hier oben zuständig. Zack, und schon geht es nicht mehr. Ja, wenn jetzt jemand kommt und er kann den Arm nicht mehr heben, dann gucke ich doch mal, was macht der Nervus Axelaris. Und das ist für den Alltag, wenn ich das lerne, für mich auch zu nutzen, wenn ich so einen kleinen Kurs mache und weiß, ich habe ständig Schulterprobleme und lerne dann etwas über diese Nerven bei uns in dieser Online-Akademie, dann, ach Mensch, das macht ja Sinn. Dann kann ich da lernen, das anzusteuern, nachzusteuern und mich selbst zu begleiten. Ich habe ja viele wiederkehrende Belastungen bei manchen Menschen. Ich habe ja vielleicht auch Probleme, die einfach von meinem scheiß Job kommen. Und da ist es dann sinnvoll, ein kleines Tool zu haben, das Entlastung macht, dass ich beherrsche für mich, um mir selbst zu helfen und nicht mehr ständig auf andere angewiesen zu sein. Das klingt auf jeden Fall gut. Und welche Arten von Beschwerden kann man denn mit der Osteopathie ganz gut behandeln? Gut behandeln lassen sich natürlich körperliche Beschwerden. Also Dinge, die jetzt im Bewegungsapparat liegen. Dafür ist es auch von der, ich sage mal, Standard schulmedizinischen Therapie auch gut anerkannt. Also viele Kassen. Das Problem ist halt immer die, ja, ich sage mal, Wissenschaftlichkeit der ganzen Therapieformen überhaupt herzustellen, weil ich keine Doppelblindstudien machen kann. Ich kann nicht sagen, ja, ich behandle etwas oder ich behandle es nicht oder ich tue mal so, als würde ich etwas behandeln. Das ist Schwachsinn. Entweder mache ich es richtig oder ich mache es nicht. Und hier habe ich dann auch so viele Wirkmechanismen, die ich nutzen kann für den Patienten und auch gut nutzen kann für diese orthopädischen Beschwerden. Ein Bereich, der aber auch da ist, der einfach noch nicht erforscht und auch nicht, wo nicht viel geschaut wird, ist eben diese Präzisionsmethode, die ich erwähnt habe, ist auch viel, womit ich dann eben doch weitergearbeitet habe, sind diese einzelnen Nervenpunkte und Nervenknoten, mit denen ich auch Einwirkungen haben kann, zum Beispiel auf das Herz. Was ich oft feststelle, ist, dass es Patienten gibt, die Herzrhythmusstörungen haben. Da schaue ich mir ganz gern mal das Ganglion-Cervikale-Mediale an. Das ist ein Nervenknoten, der hat Einwirkungen auf das Herz. Das macht sonst keiner. Da guckt keiner hin, wie geht es diesen kleinen Nervenknoten. Ich kenne den ganz gut. Ich gehe da mal hin und schaue, wie sind die Spannungen umliegend im Gewebe. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen sehr verspannten Sternenkleidomast-Videos habe, also diesen Muskel hier, dann habe ich hier einen erhöhten Druck von der obersten Schicht schon nach innen ins Gewebe. Und natürlich bekommt dieser Nervenknoten das auch. Und natürlich kann er sich nicht dagegen wehren. Das ist ja kein kontraktiles irgendwas. Und das Nenjutsu zeigt, jeder Druck auf den Nerven macht einen deutlichen Effekt. Und diese permanenten Drücke, die wir selber haben, machen deutliche Effekte. Und so kann es sein, dass eben Herzrhythmusstörungen auch behandelbar werden durch Osteopathie. Halt mit der richtigen Strategie und vor allem der präzisen Diagnostik. Üblicherweise kenne ich jetzt die Osteopathie so, dass sie immer in ca. 40 bis 60 Minuten langen Sitzungen angewandt werden. Und bei Ihnen finde ich es ja ganz spannend, Sie lehren auch die Osteopathie so, wie Sie es gerade schon beschrieben haben, dass man sie dann auch im Alltag selber anwenden kann. Es würde mich mal interessieren, wie kam es dazu, dass Sie dieses Konzept entwickelt haben? Ich war immer ein bisschen unzufrieden mit dem, was man mir angeboten hat an Hilfe und Hilfestellungen und Hilfemöglichkeiten. Da blieb mir nur, mach es selbst. Und mach es selbst wurde zu einer Gewohnheit irgendwann und dann zu etwas, das aus meinem Leben nicht mehr wegzudenken ist. Ich habe für jeden Teil meines Körpers eine Strategie und auch einen Plan meiner Haltung und auch die Art und Weise, wie ich mich bewege. Ich meine, jeder, der mir mal irgendwie begegnet ist, merkt, dass ich irgendwie eine andere Ausstrahlung habe. Das hat ganz viel mit dem zu tun und mit der Entwicklung, die ich da zurückgelegt habe. Also seit fast zehn Jahren bin ich permanent dabei, mich selbst zu behandeln. Sogar jetzt, so wie ich jetzt hier gerade sitze. Ich habe eine ganz spezielle Anordnung in meiner Wirbelsäule, mit der, wo ich ein Gefühl verfolge, an meiner Duramata spinalis. Also ich ziele hier auf eine Stelle in meiner Lendenwirbelsäule ab, gerade mit dieser Sitzposition. Und auf die konzentriere ich mich nebenbei und gucke, was sie macht, wie sie sich verhält. Und welche Resultate lassen sich dann erzielen, wenn man jetzt genau diese Techniken regelmäßig anwendet? Die Ergebnisse sind mega. Also viele sprechen, das ist immer auch eine Euphorie-Frage, glaube ich, wie das Ergebnis ist. Derjenige, der es ja erzielt, beschreibt es. Viele sind sehr euphorisch und sprechen von Wundern. Ja, Wunder, ich habe 30 Jahre das und das gehabt und jetzt auf einmal habe ich nichts mehr. Und man glaube nicht, dass man da von Wundern spricht, weil es halt einfach erklärbar ist. Und erklärbar ist, dass Wunder schön, denn jegliche Information, die ich ins Gewebe gebe, ist etwas, mit dem mein Körper dealen muss, mein Organismus. Jetzt habe ich normalerweise sehr viele belastende Informationen. Ich arbeite gegen die Schwerkraft, die Haltung zieht mich nach vorne, das Telefon, wir kennen das alle. Und diese Selbstbehandlungsgeschichten sind reine Entlastungsinformationen. Also es sind ja nur Informationen, die für meine Gesundheit sind, für meinen Körper. Es ist noninvasiv. Das heißt, ich tue mir nichts. Ich tue mir nur was Gutes. Welche Ergebnisse kann ich erwarten? Ja, eine Verbesserung in meinem Alltag, eine Verbesserung in meinem Leben, vielleicht auch ein bisschen eine positivere Sicht der Dinge. Ich kann theoretisch damit alles machen, wenn ich es als Startschuss nehme, mein Leben zu verändern. Wenn ich endlich anfange zu begreifen, dass der Unterschied zwischen der Kindheit und dem Erwachsenenalter in einer einzigen Sache liegt. Und das ist Verantwortung. Ich muss endlich Verantwortung für mein Leben übernehmen. Ich muss aufhören, ständig über alles nachzudenken. Ich muss anfangen, endlich zu machen. Und diese Form der Therapie ist der Grundsatz des Machens. Weil ich mache etwas mit meinen eigenen Händen, an meinem eigenen Körper, für meine eigene Gesundheit. Mehr kann man nicht proaktiv sein. Jetzt haben wir aber so viel darüber geredet. Ich bin neugierig. Jetzt will ich es wissen. Sind Sie so lieb und zeigen uns vielleicht mal die eine oder andere Übung, die Sie dafür halten, dass die im Alltag sich bewährt hat? Ich würde oder mache das gern und nehme das vielleicht auch direkt als... Ich bin da. Gut. Machen wir Folgendes. Wir nehmen die Hände, nehmen die Seite hier vom kleinen Finger und legen das hier mal an den Kiefer. Also so genau drunter. So, dass du einen Kontakt hast hier vom kleinen Finger zu dem Knochen. Du musst den spüren ganz entlang des kleinen Fingers. Genau. Und das Gleiche machst du auch mit der anderen Seite. Das macht dein Kopf nicht so viel. Achso. Genau. Jetzt hast du hier einen Kontakt. Jetzt legst du deine Hand dann auch so ein bisschen an, wie so eine kleine Halskrause. Schaust, dass du den Knochenkontakt zum Kiefer behältst. Ja, das sieht gut aus. Und jetzt erzeugst du einen ganz leichten Druck. Drück mal mit deinem Kiefer gegen deine Hände, sodass deine Hände irgendwann an deinem Schlüsselbein hier in den Feedback erzeugen. Ja, stopp, stopp. Bisschen weniger. Noch ein kleines bisschen mehr. Jetzt drücken mit dem Kiefer dagegen. Ja, genau so. Jetzt einfach halten, 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 halten. Ja, musst du nicht machen. Nur so halten. Sehr schön. Jetzt spürst du, dass sich auf deiner rechten Seite etwas bewegt innerlich. Mach ein bisschen mehr Druck. Ja, genau so. Ja, dein rechter, also die rechte Seite, die Drainage hier, die Vena Jubilaris, profitiert da deutlich von. Ja, das kann man sehen. Du hast auch hier viele Verspannungen. Da können wir gleich noch was anderes machen. Okay, das würde schon reichen. Mal kurz den Dorn verlassen. Wieder rausnehmen. Kleiner Nachfühlimpuls. Gut. Erster Schritt, pass auf. Den zweiten setzt man gleich nach. Nimm mal deinen Kopf zur Seite, nach links. Ja, genau. Und zwar so, darf ich mal, dass du hier eine Spannung spürst, wirklich eine Spannung spürst an deinem Hals. Also es darf gespannt sein wie Pergament, so darf sich das anfühlen. Und genau das brauchen wir, Pergament. Und jetzt nimmst du deine rechte Hand und du legst sie auf, als würdest du ein Blatt Papier. Stell dir vor, hier ist ein Blatt Papier. Und kennst du das, wenn du deine Hand so anklebst an das Papier und das dann so ziehen kannst? Die oberste Hautschicht, da klebst du dich an, wie auf einem Blatt Papier. Und dann erstmal nur ankleben, hier so in der Mitte, ruhig die Finger ein bisschen öffnen. Richtig ein bisschen spreizen, sehr gut. Und jetzt dann hier anlegen, mit so einem sanften Papiergefühl. Okay, mehr nicht. So, und jetzt erzeugst du einen ganz leichten Zug. Guck, du möchtest das Papier ein bisschen nach vorne ziehen, Richtung Kehlkopf. Ganz leichten Puls nach vorne, hier hin. So, ist gut. Das da brauchst du. Genau so. Ja, und schön so bleiben. Das ist toll. Einfach wirken lassen. Jetzt kannst du das Kinn noch ein bisschen nach oben nehmen. Nur ein bisschen, das reicht schon nicht so viel. Wieder ein bisschen nach unten, ein bisschen nach oben, ein bisschen nach unten. So eine ganz kleine Bewegung machen. So ein Millilie. Ja, perfekt. Genau so, es ist schön. Und jetzt so bleiben, so bleiben und ein bisschen bewegen. Und diese kleine Bewegung machen im Kiefer und das Gefühl hier im Hals behalten. Gut, und schon kannst du wieder rausgehen. Und wenn du jetzt den Kopf drehst, spürst du. Ich weiß noch nicht genau, was es ist, aber es ist anders. Spannend, super toll. Also ich bin jetzt schon mal gleich ein Fan. Und wenn ich jetzt mehr Informationen möchte, die ich gerne möchte, wo kann ich denn mir diese Information holen? Am besten ist das auf Instagram oder auf unserer Webseite, Premium Health Project, also Premium Health Project im Englischen, Premium Gesundheitsprojekt halt übersetzt. Auf Instagram gibt es immer viele Informationen, gibt es auch so spannende Sachen, die jetzt zum Beispiel, wer sich so ein bisschen auch für die Verbindung zwischen Körper und Geist interessiert. Es gibt Muskeln, die sind für verschiedene Themen sehr empfänglich, so Vaterstreit und Mutterstreit, da macht sich der Hüftbeugemuskel gern bemerkbar. Und solche Auffälligkeiten, solche Dinge, die findet man auch auf unserem Instagram-Channel oder eben bei YouTube direkt auf unserer Webseite www.premiumhealthprojekt.com. Einen neuen Follower habt ihr jetzt direkt danach. Nico Hildermann, vielen, vielen Dank fürs Dasein und ja, bis hoffentlich ganz bald. Ja, bis bald.